So, weiter geht's mit der nächsten Runde auf dem Australier. Ich nehm tatsächlich mal vor 0 Uhr auf, das ist echt ne Premiere eigentlich. Wir haben halt zwei Sachen, einmal das, einmal das und ich bin ein Idiot. Also, war vielleicht auch Forschung klar, auf jeden Fall, wir haben noch hier unsere Alex-Teile. Und ich sag dir auch so, ja, das ging nicht zusammen und so. Ich bin doch Blacksmith. Ich kann mir Dinge doch einfach craften. Ich hab das, ich hab's, äh, es ist Dummheit, sorry. Ähm, ja, ich als Craften können die ganze Zeit schon, ähm, das ist das männliche Teil. Uns fehlen halt 100 Questies, die kriegen wir zusammen, zwei Silberbarren, okay, äh, Blue Spirit und halt irgendwie so ein Ding, was wir kaufen können. Ähm, also effektiv fehlen uns 100 Questies. Und dann könnten wir quasi ein Vollistat haben. Wir brauchen eigentlich eh noch die, äh, Gauns. Die Dinger hier, genau. Und, das war's. Pja, kein Witz, das war's dann schon. Tja, okay. Ähm, also das machen wir gleich. Dann einmal Claim All. Da gab's Silbernes Schlüssel. Uh, okay. So, hab ich mal sagen. Ähm, mhm. Wie viele waren das? Fuck, ich hab's ja wirklich geklickt. Oh Gott, egal. 60 von wovon? Glyphshards. Ich hab schon vergessen, was man mit Dingen-Dingen macht. Ja, irgendwas mit Glyphen-Craften und so weiter, aber kein Plan. A-Protect. Es ist unmöglich zu lesen. Keine Ahnung, was das hier heißt. Fünf oder acht, oder was weiß ich. Kein Plan. Da kann wieder welche raus. Upcut. Ein paar. Einig man's einfach mal da drauf. Jetzt gehen jetzt gleich leider die Boxen aus. Oh. Lucky. Wow, okay. Vielleicht sind wir mal Lucky. Okay. So. Nummer eins. Nummer zwei. Ja. Gut. Lief ja gut soweit. So, das sind die Boxen. Okay. Läuft jetzt nicht so super. Gut, die Scrolls sind ein bisschen was wert. Die Dinger hier können wir nicht weghauen. So, weg damit. Mhm. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Darkon 1. Darkon 3 war nicht, sorry. Dann killen wir ein paar von den Mobs. Nee, nee, nee. Warte mal. Erst baffen. Erst mal da. Erst mal Ringmaster holen. Erst mal Party. Ja, kommt da an. Nehmen wir die. So. F7, F8, F9. Wie heißt die Party? Ich hab's vergessen. Beste Party. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Gut, okay. Was brauchen wir sonst noch? Eigentlich erstmal nichts, oder? Genau. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie's läuft. Ach ja, warte mal. Ich hab noch ein bisschen Geld verdient. Einfach halt weiter Lusaka-Waffen und Set-Teile verkauft und so weiter. Die kommen ganz gut rein eigentlich. Ach ja, wir könnten übrigens, beziehungsweise wir müssen auch noch. Mein Gott, ich hab noch so viel vor uns. Ähm, also, lass uns mal kurz schnell was nachschauen. Mal schauen, ob die noch Gigs sind. Sonst nehmen wir ein paar mit. Ähm, hm, 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 hm. Neh, nicht hier. Accessories. Hier haben wir das Zeug. Genau. Diese Viacra-Accessories braucht man auch. Das wird noch auf jeden Fall wichtig. Genau. Dafür haben wir, glaub ich, auch alles. Wie's ausschaut. Wir haben nichts an, wir machen 30k Grids. Stattlich. Wirklich nicht schlecht. So, wie viel brauchen wir? Wir brauchen 5... Ne. Vitra. 50, genau. Das reicht sogar. Ja, das kann man gleich mal craften dann. Okay, der Schaden ist grad echt gar nicht mal so hoch, irgendwie. Müssen wir auch ein bisschen was umdransen dann. Können wir jetzt schon mal machen. Alter, wie die männlichen Boots einfach ausschauen. Die männlichen Boots schauen halt wirklich männlich aus. Also wirklich richtig männlich. Okay. Ach ja, wecken können wir vielleicht noch nebenbei. Das war am besten so 50% Gridschaden oder so. Das war jetzt ein Spaß. Ja, ich sag 50%, ich kriege 15%. Wow. Das ist halt nicht mal das, was ich wollte. Ich wollte halt, also HP sind okay oder Speed. Das ist eigentlich Speedwomen am besten. Ein Angel Sword. Okay, ja. Läuft. Läuft. Genau das, was ich wollte. Nicht. Ja, also eigentlich würde ich hier mal so 25 SCA draufhaben. Das war schön. Jetzt kommt jetzt 15 SCA. Das ist ein bisschen wenig, aber erweck mal ein bisschen weiter. Uff, gibt es hier Summarize-Stats oder so? 12 STR, 5 STR. Ist das gut, aber... Oh Gott. 10 STR, 7 STR. 17 Stats. Geht mehr. Ja. Ach so. Ich bin blöd. Okay. 19 SCA. 19 SCA können wir mitnehmen, eigentlich. Das passt. Pass auf das Jude. 15 SCA. Ja, ja. Wir lassen es erstmal, würde ich sagen. Für das erste passt. Okay. Okay. Alter, allein der AOE damit ist krass. Genau, dann ziehen wir das Ganze vielleicht mal irgendwo runter. So, 8 Stück. Wir brauchen 100. Genau, man hat einfach ein bisschen eine Crafting-Folge draus. Und, ähm... Ist eigentlich auch mal was nettes. Man muss mal überlegen. Wir haben hier aktuell 5,2k Attack ohne sämtliche Power-Ups. Wir haben nichts aktiv. Gar nichts. By the way, der Vote-Buff ist auch krass. 225 additional Damage. Das ist heftig. Ein Historic Big Sword. Ja, klar. Ich muss sagen, die Dinger traupten gar nicht mal schlecht eigentlich. Natürlich, vielleicht habe ich da wieder nur Glück oder so. Ich meine, das Glück ist immer mit dem Dummen, aber... Ähm... Mal so rein... Rein gefühlsmäßig, würde ich mal sagen. Fühlt sich jetzt nicht so schlecht an der Drop-Rate. Wie viele Trappen pro Mob? 2 oder so? Ah ja, okay, ja... 42 schon. Das geht klar. Das geht. Ich habe noch immer nicht meinen Controller aufgebaut. Ich sage es euch, bis ich mal dazu komme oder bis ich mal drin denke, das Ding aufzubauen... Bis dahin bin ich wahrscheinlich 175 oder so. 84, ja... 88, 90. Geht gut voran eigentlich aktuell. 100. So, ab nach St. Morning. Äh... Flars. Die anderen Sachen kann man eigentlich scrappen, weil die braucht man nicht. Alter, was das hier bringt. Ah ja, und wir können übrigens noch das nächste machen. Ähm, direkte LG-Waffen farmen. Auch das wäre noch eine Idee. Wir können ja so viel Zeug machen eigentlich. Äh, äh, ne, 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 das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Können wir eh nicht machen. Ähm... Guardian-Historic, genau, hier. Einmal. 75 XP. Ist eigentlich gar nicht mal viel, oder? Na, viel ist das nicht. Naja, gut, aber klar. Ja, naja. Ein Angel-Lust. Naja. Okay, ähm... Wollen wir jetzt das Ding bekommen? Ah, genau, hier, okay. So, ähm, dann brauchen wir noch... Was brauchen wir noch alles? Ähm, kurz das Crafting-Quest-Tool aufmachen. Kann man das irgendwie eingeben? Warte mal. Ähm... Ähm... El-Lext... El-Lext-Armor? Au! Okay. Unique. Okay, ähm, El-Lext... El-Lext-El-Lext-Gaunt, haben wir gesagt. Was brauchen wir genau? Ähm, eine... Allein der Helm. Dieser Legendary-Helm ist wirklich geil. Der ist wirklich richtig schön. Ähm, genau, bei uns fehlen noch die Gaunts. Dann brauchen wir... Ähm... Zwei davon. Und Unique-Blueprint-75. Unique-Armor-75. Okay. So. El-Lext-Vitra-Gaunts. Mal kurz gegenchecken. Passt das alles? Ja, 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 ja. Und dann Craft. So. Perfekt. Wo ist das Ding? Ähm... Hier ist das Ding. Schon ein geiles System eigentlich. Also gefällt mir echt. Oh, ich weiß gar nicht. Was kann man... Crit... Kann man... Ja klar, Crit-Rate könnte man kriegen. Ähm... Cast-Time und Crit-Rate. Wie schön, ja. Ich weiß gar nicht, was ich eher will. Ich meine, das ist ein AOE-Set. Andererseits, mein Crit-Rate ist auch wirklich so viel wert irgendwie im 101. Und der Markt hat jetzt halt noch kein eigenes Setteil dann. Für... Fürs Farmen, fürs Gecken und so. Oh, das geht aber echt ziemlich gut runter, leider. Uff, das geht sehr gut runter. Critical Chance und Cast-Time. Also entweder eins davon hoch, oder hat beides... Oh. 150 Attack. Oh. 150 Attack ist gut. 150 Attack ist sehr gut sogar. Okay. Ähm... Nein. Fuck, das Geld ist noch auf dem anderen Charakter drüben. Sekunde. Ich habe dann angefangen, den Night hochzuziehen. Äh, nicht das... Habe ich gerade gesagt, das Geld? Ich meine die Oris. So, okay. Ähm... Jetzt geht's los. 305, 312, 322. Ich verstehe nicht, warum das der Helm nicht mehr Death bringt. Ich meine, das Ding ist legendary. Warum... Warum nicht? Der Suit bringt dafür wieder 600. Hm. Schleifte noch mal komisch. So. Äh, nein. Stopp. Okay, so. Also, wir sind aktuell 42k HP bei 5,2k Attack. Was ist noch wichtig? Äh. Äh, 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 äh. Ja, achten wir einfach auf 42,7k HP. Äh, HP. 42,7k HP und 5,2k Attack. Zack, zack, zack. Und dann weniger PS4H. Geil. Super. Ähm, Attack ist gleich geblieben. HP ist weniger. Ideal. Liegt aber auch daran, dass wir jetzt hier eben, ähm, ja, ein bisschen benachteiligt sind wegen den Seteffekten. Wir haben aktuell 5 Teile. Diese 5 Teile bringen was noch mal? Ach! Wir haben noch gar nicht den... Wait, wir haben noch... Wir haben noch nicht mal die 30 STI durch Set. Und die Miniblock haben wir auch noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen unser Set, äh, unser Schmuck-Set hier zuerst upgraden. 39k HP haben wir jetzt. Glatt. Vitra, genau. Unique Accessory 2. Gut. Gut. Unique Accessory 2. Dann brauchen wir das 5 Mal. Gar nicht mal so günstig. Wait. Warum... Mystical? Ach, es ist echt... Nein. Ich hab's verkackt, oder? Ich hab's verkackt. Ich hab's voll verkackt. Wobei, vielleicht... Vielleicht brauchen wir das Zeug noch. Ich verkau's erst mal noch nicht. So, 1, 2, 3. Oh. Oh. Unique Accessory. Oh. Das ist aber teuer. Jetzt kaufe ich erst mal eins. Nur muss ich jetzt so gehen, dass ich wirklich das Richtige hab. Jetzt hab ich das Richtige. Wait. Wo ist der Ring? Nee, warte mal. Das war doch richtig. Ist nicht richtig? Mystical Vita Ring. Mystical... Nee, warte mal. Das ist fast schon richtig. Aber... 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 Ach, weil es lockt ist. Okay, wir haben doch kein Geld verschwindet. Alles super. Ja, genau, genau. So. Ähm... Einmal. Zweimal. Einmal. Einmal. Zweimal. Und dann nochmal die Kette. So. Okay. 39 KAP hatten wir gerade eben. Oha! Oha! Oh lol! Okay, wir sind von 42,7 KAP auf 47 K. Fast 5 K mehr. Holy Moly. 9 von 11 haben wir jetzt. 9 von 11 ist der... Ist der gute Effekt da. Wow! Das war jetzt unerwartet. Und dazu führen wir noch einmal sogar noch unser Schild, was wir dann ab und zu anziehen zum Level und dann für die Bonus-EXP. Alter! Wie schaut's mit der Dev aus? Fuck, nicht drauf geachtet. Der 2,3 K. Ähm... 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 Tau! Wow! Okay, 500 Dev mehr. Also das spüren wir definitiv. Das... Da bin ich mir sicher. So, dann haben wir noch, ähm... Das Schild. Was ist hier? Hier war Shields. Äh... Nee, nee, nee. Stopp. Assist-Schilde. Genau. 150 HP bringt das. Das nächste bringt 300. Oh, ho, 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 ho. Ähm... Warte, wir haben gänzlich alles dafür. Habe ich mich so oft und so scheiße verkauft, dass ich jetzt wirklich alles habe? Na, okay. Ja, oh, die Erweckung geht aber weg. Hälfte als nichts. Okay. Caster wäre cool, Int wäre cool, STA wäre cool und Crit-Schaden... Nee, Crit-Schaden nicht. Ja, ja, ja. Zum Leveln. Fürs Leveln reicht's. Sehr gut. Okay. Ja, würde ich sagen, ähm... Ich bin eigentlich erstmal in der nächsten Folge, wenn wir dann anfangen zu gicken. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Also wir sind jetzt mal sowas von tanky. Das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Also ich dachte mir so 2K vielleicht mehr oder 1,5K oder so. Aber das ist ja schon gut. Also definitiv. Naja, danke fürs Zuschauen. Weiter geht's mit dem nächsten Mal. Und da geht's. Mal. 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 Mal.